Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke in Zeit zu den aktuellen S04 News. Als Trainer des FC Schalke 04 erreichte Jens Keller zwischenzeitlich ein hohes Ansehen, doch nicht alles verlief reibungslos, wie der 51er noch im Nachhinein zugibt. Nachdem Keller im Jahr 2010 schon seine ersten Erfahrungen als Bundesliga-Trainer sammeln durfte, wurde er 2012 von der Schalke Klappenspiele in die Profiabteilung befördert. Die Zeit bei Schalke war unglaublich für mich, berichtete der aktuell vereinstete Coach im Sport1-Interview. Ich war noch ein junger Trainer, kam von der Jugend hoch und stand von Anfang an im Fokus. Aber das hat mich geprägt, gestanden Keller und ergänzte, jetzt gibt es nicht mehr viele Dinge, die mich erschüttern können. Schalke hat mich härter werden lassen. Es war teilweise eine schwere, aber auch eine schöne und vor allem total erfolgreiche Zeit. Den medialen Druck, besonders in schweren Zeiten, versuchte er sich nicht an sich ranzulassen. So gelang es ihm zum Beispiel auch, Schalke zweimal in den Champions-Sieg zu führen. Erfolge, die ihn selbst stolz machen. Ich habe es unter schwierigen Bedingungen geschafft, dass wir erfolgreich waren und wurden. Dennoch oft auch kritisiert, musste Keller aber auch mit viel Gegenwind auskommen. Im Oktober 2014, in sie hat die Zusammenarbeit vorzeitig, auch die großen Erfolge mit Union Berlin, dem FC Ingolstadt und dem SFZ Nürnberg blieben dann in der Folge aus. Heutzutage betrachtet er seine Ex-Klubs nur noch aus der Ferne, besonders Schalke hat es Keller aber auch angetan. Es tut weh, wenn ich Schalke zweitiges sehe, aber dann ist jetzt den richtigen Weg gegangen. Und dass es zu Beginn der Runde nicht funktioniert hat, war völlig klar. Es gab einen riesen Umbruch, doch die Verantwortlichen haben einen sehr guten Job gemacht. Der Kader ist top und jetzt kommt Schalke ins Rollen. Ich bin überzeugt davon, dass sie aufsteigen werden. Sympathisches Interview auf jeden Fall mit Jens Keller. Auch ich bin immer noch so ein bisschen traurig darüber, dass man sich damals unnötigerweise meines Erachtens nach getrennt hat, weil es zum einen rein finanziell, rein spielerisch, aber auch von den jungen Leuten eine wirklich gute Zeit noch mit Jens Keller. Aber ich freue mich natürlich auch, dass er Schalke weiterhin so verfolgt. Und auch ich gehe da vollkommen mit. Natürlich werden wir aufsteigen. Eure Meinung zu den Sachen, die Jens Keller hier angesprochen hat, gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.